Send for Send for Charity. Die etwas anderen Send Perspektiven. Wer den Send ehrt, ist garantiert den Euro wert. Und dem Film bei galakom.tv entgeht nichts, fast nichts. Und in diesem Sinne, im Sinne von Send, bedanke ich mich für den Auftrag aus Hamburg, das Film-Bike gebucht zu haben. Vielen Dank. Galakom.tv unterwegs nach dem Motto Send for Send for Charity. Für den Charity-Film Win for Charity. Bis bald in Hamburg.